Willkommen zurück hier aus der heißesten Stadt Deutschlands. Im Moment haben wir echt ein mega heftiges Wetter. Es ist so warm. Wir leben hier am Ventilator. Also ohne das Ding ist es fast gar nicht mehr auszuhalten. In letzter Zeit viel zu tun, nicht viel geschafft, einfach weil es zu heiß ist. Aber heute hatte ich noch einen Termin bzw. Coaching von Google. Es ist immer ganz interessant, wenn man einen gewissen Betrag bei Google AdWords ausgibt, dann kommt die irgendwann mal auf einen zu. Man kriegt einen Anruf oder ein E-Mail und dann fragen die, hey, hast du Lust, dass wir uns mal den und den Account angucken und da ein paar Verbesserungen durchsprechen? Genau das hatte ich heute und diese Verbesserungen, die wollte ich mal mit euch teilen, denn da kommt jetzt nicht so jeder ran. Es ist einfach mal schön, direkt von Google bestimmte Sachen zu hören bzw. die Leute auch mal fragen zu können, hey, wie sieht das eigentlich aus mit der und der Sache? Ist das wirklich so oder stimmt das nicht? Denn die wissen es genau und wenn die sagen, das ist so und so, dann wird es auch so sein. Das Erste, was ich heute erfahren habe, nie Display mit Search-Anzeigen vermischen. Also wenn ihr eine Anzeige schaltet, eine Kampagne schaltet, die in diesen Google-Suchergebnisseiten angezeigt wird, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man noch eine Display-Anzeige dazu macht, also mit Bildern. Die wird dann auf verschiedene Websites angezeigt. Das sollte man nicht machen, weil dann die Anzeigenleistung der Textkampagnen, dieser Suchnetzwerkkampagnen runtergeht. Also diese Anzeigen haben natürlich eine viel höhere Durchklicksrate als jetzt diese Anzeigen im Display-Netzwerk und deswegen wird die gesamte Anzeigen- bzw. die ganze Kampagnenleistung dann runtergezogen. Ganz interessant, also einfach neue Kampagnen erstellen, nur für Display, nur für Search und so weiter. Dann habt ihr da ein bisschen das besser geordnet und das soll auch dann bessere Performance bringen. Dann sagt er ja noch, immer zwei, drei normale Anzeigen erstellen und dann als Ergänzung eine responsive Anzeige. Diese responsiven Anzeigen sind recht interessant, denn man macht fünf Titel, fünf Beschreibungen oder mehr, je nachdem, wie viel man möchte. Und dann sucht Google sich automatisch die Titel und Beschreibungen raus, die am besten bei Kunde XY funktionieren. Das variiert, je nachdem, was es für eine Zielgruppe ist, welche Sachen sowieso schon am besten performen und so weiter. Also ganz interessant, zu zwei, drei normalen Textanzeigen im Suchnetzwerk auch noch eine responsive erstellen. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und dann noch eine interessante Sache, Conversions zählen, ohne wirklich jetzt Tracking-Codes und so einzubinden, geht, und zwar mit Anzeigenerweiterung. Und zwar, wenn du Anrufe generieren möchtest über deine Google-Anzeigen, dann kannst du eine Anzeigenerweiterung erstellen, dass dann die Telefonnummer neben der Anzeige angezeigt wird. Allgemein sind Anzeigenerweiterungen recht gut, weil dann macht es die Anzeige größer und hast ein bisschen mehr Präsenz auf Google. Aber diese Anzeigenerweiterung Telefon bringt halt letztendlich Anrufe. Und dafür kann man recht leicht auch eine Conversion-Aktion erstellen, sodass dann später die Conversion gezählt werden. Zum Beispiel ab 60 Sekunden, sodass jemand, der sich verwählt hat, nicht als Conversion gezählt hat. Also drei interessante Tipps. Ich wiederhole nochmal, nie Display-Anzeigen mit Suchnetzwerkanzeigen vermischen. Das zieht die Performance runter. Dann zwei, drei normale Anzeigen pro Kampagne und dann noch eine responsive Anzeige. Ihr dürft natürlich auch mehr machen, das ist das Minimum. Und Anzeigenerweiterung, recht interessant. Telefonanrufe kann man auch recht easy tracken als Conversion ohne irgendwelche Tracking-Codes. Wir müssen jetzt noch ein bisschen was einkaufen und was essen, fahren gleich in die City, denn wir haben nichts im Kühlschrank, alles leer gefuttert. Mal gucken, was der Tag heute noch so bringt. 30 Grad, dumm. Wir hatten letztens 42, irgendwas. Also wenn jemand Seat Leon kauft, achtet drauf, überall liegen Kulis. Welchen Kuli hast du verloren, diesen schwarzen? Nein, den sind wir noch nicht. Ich sehe den nicht mal. Ja, hab ihn. Lada Niva, Traumauto. Mit de Plasti Dip, so sieht das glaube ich aus. Und ich muss so einen fahren. Jetzt verdient man kein Geld wahrscheinlich. Und los. Und dann ist Managerin auf Fahrtenbuch. Und wir tauschen. Den gegen den. Na gut. Hä? Okay. Verdienen wir dann noch Geld? Das ist die Frage. Wenn wir keine Aufträge haben, dann geht ein Pfand sammeln. Sehr nett. 1,50 Euro schon zu sagen. 1,50 Euro. 2 Euro. Alle mit diesen blöden Zeichen. Jackpot. Was kochen wir uns davon? Wir gucken, dass wir jetzt demnächst mal nach Zypern kommen. Damit wir uns das mal da anschauen können. Weil Deutschland wird mir immer unsympathischer. Aber das ist irgendwie kein tolles Land. Ich meine, man hat hier wohl viele Vorteile. Krankenversicherung, bla bla bla. Aber das kostet aber auch das echt viel Geld. So, wir können losfahren. Oder was hältst du von Deutschland, Anna? Top oder Flop? Naja. In Bezug auf was? Ich sagte, kommt drauf an. Auf was bezogen? Menschen. Flop. Geld verdienen. Top. Wobei... Steuern. Naja, ja genau. Also man kann schon Geld verdienen. Beziehungsweise... Ja gut, die Steuersache macht es dir dann... Ja, dann eigentlich nicht. Eigentlich Flop. Ja, weil wenn du... Ja, wenn du 58, 48 Prozent Steuern zahlen musst. Sorry, aber dann passt dieses Verhältnis nicht mehr zwischen deiner Arbeit und dem, was du dem Start dann wieder abgeben musst. Eigentlich hast du nie Geld. Das ist das Ding. Island. Ne, Zypern. Ja, ich sag doch mal, was ich hier sehe für gute Angebote. Okay, was ist mit Landschaft? Je nach Region. Ich meine gut, du kannst jetzt nicht Deutschland vergleichen mit Zypern. Wieso nicht? Ja, weil es da... Ja, weil es da... Das ist SD-Karten. Das wird der ultimative SD-Karten testen. Ich habe immer noch das Problem mit der Fuji-Kamera. Das liegt, glaube ich, irgendwie an diesen SD-Karten, die 300 MB pro Sekunde haben. Für die Leute, die nicht wissen, was ich meine, ich habe hier eine Fuji X-T3 und wenn ihr mal zurückgeht auf meinen YouTube-Channel, habe ich ein kleines Video gemacht bezüglich diesem SD-Karten-Problem. Und zwar bei Videoaufnahmen kommt alle paar Sekunden so ein kleines Düt, Düt in der Tonaufnahme. Und das ist natürlich völlig inakzeptabel. Ist egal, ob ich das mit einem externen Mikrofon mache, mit dem internen Mikrofon, mit einem anderen externen Mikrofon, mit verschiedenen Einstellungen. Also, völlig egal, irgendwie... Also, ich habe schon die Kamera getauscht, ich habe das Mikrofon getauscht, ich habe die ganzen SD-Karten getauscht, ich habe meine Kopfhörer getauscht, ich habe eigentlich alles getauscht, was man tauschen kann. Und trotzdem ist das Problem noch da. Ich habe schon mehrere SD-Karten probiert auch und es scheint wohl so zu sein, dass die Kamera nicht so gut klarkommt mit SD-Karten, die 300 MB pro Sekunde lesen und schreiben können. Das ist ziemlich schade, weil dann wäre das natürlich super schnell. Also, zum Fotografieren kein Problem. Da habe ich ja keine Geräusche, aber bei den Videoaufnahmen ist das super, super nervig. Und damit hatte ich schon ein paar Auftragsproduktionen auch, wo ich das dann wegbearbeiten musste. Das geht, ist natürlich aber nicht so toll und sollte eigentlich nicht bei so einer Kamera vorkommen. Jetzt habe ich mir nochmal verschiedene SD-Karten bestellt mit verschiedenen Geschwindigkeiten und ich denke, ich werde es mal entweder heute Abend noch oder morgen ausprobieren, ob der Fehler dann immer noch da ist. Also, ja, die Suche hat noch nicht aufgehört. Ich bin da noch dran. Ich bin da noch dran. Ich bin da noch dran. hier No, thank you I believe others have been here I 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